Ja, naja, kennst du das nicht? Ich meine, das ist ja vielleicht auch ganz normal. Ja, klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenne ich. Das kommt so aus der Mitte, das ist so ein Impuls. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich frage überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Dass du immer... Bis zum nächsten Mal. Hahaha!